hallo leute und willkommen zurück zuletzt für leech of legends also wir sind hier mit der niederly die bestialische jägerin diesmal habe ich mir angeguckt und gemerkt so wir spielen endlich offen auf der guten seite also auf der seite auf der besten spiele von der perspektive her in unserem team haben wir den heck erlieben den team erbelin und fiora so im gegenteam haben wir katharina niederlehrt rindermeer ash und lux so die einzige doppelte personen bin ich und es passt auch schön genau untereinander die gleichen spells tja nur mein pc ist besser so dann geht es los schön ins sperr gespielt wir gehen auf die bot lane habe schon dafür gesorgt wir spielen also ich spiele die jetzt mal full rp das ist auch alles ordentlich der mensch macht und meine heilung ordentlich wirklich geht es nicht auf support weil das ist in einem normalen spiel unnötig kann es irgendwie sein dass ich eine fps-begrenzung drin habe gerade ich muss gerade mal gucken weil das ich verstehe es nicht die seite letzten mal schon so was ist denn ohne deckung ne das ist alles in ordnung ich verstehe es nicht was ist nur los also anscheinend ist da irgendein programm im hintergrund am laufen was ordentlich runterzieht ich verstehe es nicht woran das liegt die ganze zeit die ganze zeit zwischen 60 und 80 fps und aber jetzt plötzlich sehen was los und ich hab 30 mal sehen was dafür nachher dann noch für Programme im hintergrund laufen das könnte nämlich schon benahmen habe ich bei fraps das vielleicht eine fps bekannt zu tun ich bin auch gerade ganz sicher das könnte es sein das ist schilder aus dem auf den knopf gekommen bin und dann fraps das runterhaut hat abwehrt tot im schmuck das habe ich denn euch ja wenn man es gleich abwehrt tot tot EM Apropos EM dieses jahr ist ja WM freut euch alle schon drauf und seid ihr eigentlich Fußballfans schreibt es mal in die kommentare und für welches land seid ihr wird mich materisch interessieren also ich bin ja eher so der naja pastive Fußballfan also ich bin eher so der only W und EMler wow ne sperrgewastet das mag ich ja gar nicht direkt zu Anfang schon hart gefällt und wisst ihr was mir nicht gefällt die Katharina die heißt Tito Fitz was schon darauf schließt dass es ein zweiter Korn ist und wenn jemand äh was ist die level 8 mal Minimum weil sie erklärt hat äh es ist dann direkt sowas spezifisch ist wie Katharina kräft die ist so hart das wird getroffen dann äh ich kann das nichts gutes heißen ich habe die starke Befürchtung dass ich gegen die wahrscheinlich hart abkacken werde aber naja ich sehe ich als schütten die zum spür ist das leuchtet alles gut nee da hat mich schon jungen 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 auch gott schütten ist weiter weg das hat jetzt so viel Schaden gemacht er ich weiß es es ist so viele Schaden tut er richtig hart das war jetzt nicht schlecht aber wie gesagt wenn ich auf full AP gehe dann ein Speerhalves Leben weg dann nur durch die Städte Hacker what the fuck Hacker ja super echt echt geil ich hätte zwar healen können aber Banane so ja nicht auf mich zulaufen das ist nicht gut dir fällt mir nicht los Evelin ich hoffe du kannst dir endgermaßen spielen du hast du nicht sobald du 1350 4 EP hast du das besten Champion gekauft hast vielleicht ein bisschen Erfahrung bitte das hat gesessen 200 großartig viel aber es hat gesessen die steckt die Evelin ein Wiesau der Hei für fuchte Koi die Schaute das Mont schmollt die schmollt die so haben wir schon Fischer Kanzel Minions wo er ist ja hier ganz kehrlich unterliegt nahe s Arsler hatte Gottmann Handgelenke auf meinem Armband das hat voll sagt ins Hand gestochen der Hart ins Hand gestochen richtig hört dort schulden die doch die doch die die sp hier pro just Peter he baby baby he for first I eat I end op court system los die schloss das die Gäste für die Kindheit uns hier die Sieg durch die Tüte und schmackend klar wird er was zum Geier die zu Tocke zu trocken nicht sterben das will Kontraproduktiv wenn ich so was sie die und da haben schräg mich nicht auf ich bin theoretisch sehen wird viel besser als die Kanäle weil ich mache theoretisch gesehen hinausgleich aber ich bin nur noch ein kleiner Noob ja ich wette die ist mit ihrem erster Count ebenso Level ja natürlich Level 30 und hat der Gold oder Silber Elo Stufe 1 das kann ich mir so gut vorstellen bei der kleine Ho der hat geguckt ja da ist es im Gebüsch was zum Geier ich stehe los mit dir da die die hol ich mir jetzt ich stehe los mit dir ich stehe los mit dir das Spitz zu guter so Töte 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 das ist geil hätte ich das jetzt getroffen das war richtig er wird mir gern die Liederlis im Leben haben das macht mir Angst das ist die Nutzigkeit der Mette und sie ein bisschen besser fahren zu können das wird er schon effektiver das ist gerade mal den Import so schön wenig ins Formen 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 die Formen Formen die Formen 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 das ist und der Bruder die Katharina die erstattete Porte bei aber schon der Bekrieg der Teleport eigentlich da in ihr Fähigkeiten in ihr Fähigkeiten in ihr Fähigkeiten Schraub die Städte Noten A Juhu Köln Tüchel Kitsch Mieter Prozent Ach ja zu nebenbei soll ich mit der Fläche uns vielleicht auf die Städte das könnte mir in die Kommentare schreiben oder ist es euch egal das würde ich gerne schreibt die Gara es ist ja es willst du denn die würde ich so gern jetzt so würde ich jetzt so gerne annehmen vor allem ich will es gibt es in der Kostürze erst auch wenn du jetzt stirbst du bist der größte Noob der Welt größter Noob der Welt größter Krass es wird alles wieder gut es wird alles wieder gut man also ne einfach ne ich spiel 1 2 und die Gata spielt wie viel ja 4 1 wo ist sie jetzt hin oh nee so was nee also nicht kilder ist jetzt trotzdem eine worte sicher ist ja man hat steht wo ich hab sie getroffen 318 Schaden. Das ist nicht schlecht. Every little hoe gonna be alright. Oh Gott. I'm so fast. I'm so fast. Schmunt. 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 Schmand schmand schwand Schmant schmand schmant Schmand d-di schmand Schmandi d-di schmandi 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 xD fuck schmandi fucky schmarrn die 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 schmarrn schmarrn die 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 schmarrn die schatten die und es war ein Minion Minion aber fast tot glaube zu mir fast tot oh mein Gott oh mein Gott so so frau mich jetzt bisschen Mana so schmarrn 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 und da geht schon viel mehr zu du du auch geteilt wir tun eigentlich ja so kann Kinder ja nach Kater Hello my friend Bar Hello my friend ich krieg die Grenze da haben wir alle wieder genau so nicht Andreas Kopf plus Tischplatte Kopf plus Tischplatte danke seriously ey einfach nur danke du hast gesehen das ist damage ich mache so viel schade denn je ich mache so viel schade denn je ich mache so viel schade denn je ich bin einfach so scheiße ja so scheiße für die Welt du 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 ich hab einfach nicht getroffen ich bin in den Tod ich hab kein Mana mehr Minion ist tot kein Mana mehr der Teil Prozent ich hab's genug und ich hab's gut ich hab's hier und der die Schöpfe und der das war die Revensteiger das war die Revensteiger kommt doch zurück ich hab dich hier hielt Dinger ich hab dich hier hielt also ich würde mir gar nicht über die 18 jahrlage von Walt Disney sprechen also das könnte ich besser sein bei Cannabara geht's nicht auch auf der Monofahrung hier Monofahrung hier Monofahrung hier Monofahrung auch hier Monofahrung niederlässt einfach so Monofahrung niederlässt das ist der m statt ist der m das ist das Tata Tata Menjen die so gut die Stadt Börses Hund schmont Katerina Katerina Ja Geh now so Blalalalalalalala Ja ha 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 Bap 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 Schick Schick Das was wird So was am Ende der Erlehrte der Erlehrte 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 Schicht Gott So wie es jetzt da aus Das ist auch ordentlich voll mittlerweile Ja ha 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 Ja ha 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 Na ja kommt höchst du bist doch so Overpower Timo So und springen Und springen Und springen Und Hatte mal was jetzt kommt springen Für die stretch Katze guck mal wie die sich auseinanderdehnt Wurm Wurm Stretch Katze Stretch Katze Das ist voll die Leggings Katze Oh ja Oh ja Oh ja Oh ja Oh ja Super Habt ihr den Schaden gesehen Der es hat Den hat Genudelt Das ist das Damage Das ist das Damage Was war das bitte ey wie neu ist Scheiße Das war geil Das war einfach nur geil Das war einfach nur geil Boah Richtig cool Das ist das Alter komm mach nur CST Shift wieder aktiviert Herrgott Unser Turms Down Ach ist jetzt super Yeah Fuck XD Ja Oder Shit XD Keine Ahnung Ich weiß es nicht Oh Das Ding hat eine viel kleinere Zeit Jump Bye Bye Scherzelein Was machst du denn? Ja Hallo Willst du es riskieren? Nicht jetzt Oh Ich hätte ja gar nicht glauben Fussel Hi Ich hab ja Hey I can heal myself. I can heal myself. It's fantastic. It is aus Plastic. Hey, da ist es nicht. Da ist es nicht. Da ist es nicht. Da ist ein Drinder mehr, der sich hart hielen tut. Auch Junge. Wow, Schluss. Trin, damit zerpflügt uns einfach alle. Was ist denn mit dem? Es spielt sieben, drei. Okay, dann verstehe ich das natürlich. Wieso habt ihr denn gefehltet, ihr Dödel? Ja, also ich kann euch jetzt schon mal sagen, das wird nix. Unser Team hat neun Kills und fünf davon hab ich. Ja. Okay, Leute, das war's denn für heute mit Let's Reach of Legends. Leider ne Kackrunde, aber was soll man tun, das gehört halt mal dazu. Also bis dann gleich einen Men's Screen, fi revolt haben. So, wir haben 43 Erfahrungswendungen bekommen. Yeah. Plus 43.. ja. und 46 Bananen und ich will mir den Grafen an gucken, sonst wein ich wahrscheinlich, aber wir haben immer noch das zweites Meister Gold aus dem Team und weil wir einfach die meisten Kills haben. Wieso hat der so viel Gold, ey? Was geht denn mit dem? Okay, dann gehen wir auf die Startseite und Leute, das war's dann für heute. Let's Leads of Legends. Ciao!